So, stell dich doch einmal kurz vor und erzähl, was du mit deinem Modell, was du dir so gedacht hast. Ich heiße Nullian und ich bin zehn Jahre alt und bin ich da zuerst halt als Lego-Ausgleich-Modell. Und warum hast du das Lego-Modell dann wieder, ich sag mal, verworfen? Hast du dann gemerkt, okay, damit funktioniert es besser? Also, ich habe mir ein Lego-Ausgleich-Modell gemacht. Okay, also klingt sehr danach, als hätte zu viele Tests im Vorfeld gemacht. Ah, und sogar mit Lenkrad hast du auch dabei und der Ballon wird dann wahrscheinlich auch gleich wieder aufgeblasen werden, oder? Gut, dann gehen wir doch jetzt mal rüber zur Jury.